Verstärkungen sind eingetroffen. So, willkommen zum dritten Versuch dieser Mission. Jetzt versuchen wir mal als erstes dieses Forschungsgebäude zu infiltrieren. Wo hatten wir denn jetzt den Strom ausgemacht? War das hier oben? Ich glaube, ne? Das will ich ja nicht unbedingt nochmal haben. Das heißt, mit einem wenig Glück springen wir hier oben den Bunker rechts kaputt. Jawohl, sehr gern. Jawohl, natürlich. Ja, Sir. Sehr gern. Sehr gern. Sehr gern. Strom behalten wir. Sehr gern. Aber kann auch sein, dass man den ausschalten muss wegen irgendwas. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Sofort. Haben wir schon mal den zweiten Bunkerplatte gemacht? In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Sehr gern. Ja, Sir. In Ordnung. Jawohl. In Ordnung. Natürlich. In Ordnung. Sofort. In Ordnung. In Ordnung. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Sehr gern. Melde mich wie befohlen. Sofort. Ah, okay. So, und wenn wir jetzt den Rest machen wie letztes Mal, müsste es eigentlich das gewesen sein, rufe ich mal. Sofort. Ja, Sir. Sehr gern. Jawohl. Sofort. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl. Sehr gern. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. So, und die können wir ja nicht retten, ne? Sofort. Sehr gern. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ich wüsste nicht, wie man es schafft. Ja, Sir. Jawohl. 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 Das kann natürlich sein, dass es da, wie er gedacht ist. Ja, Sir. Jawohl. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Jawohl. Hallo, Wuffel. Nein. Er kann nicht mehr. Bestätigt. Sofort. In Ordnung. Ungünstig. In Ordnung. Sofort. 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 Natürlich. Natürlich. Jawohl. Hey, diesmal wurde er hier. In Ordnung. Warum hat denn das diesmal funktioniert? Ja, Sir. Natürlich. Jawohl. 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 In Ordnung. In Ordnung. Bereit zum Einsatz. Sehr gern. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Na, nicht zu weit fahren. Wo bleibt die Verstärkung? Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. In Ordnung. Ohne Wuffel ist das natürlich jetzt ziemlich undankbar. Verstärkungen sind eingetroffen. Ich hab ihn noch kurz gesehen. Hallo. Verstärkungen sind angekriegt. Ich sag jetzt nicht anders jetzt weg. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. 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 In Ordnung. In Ordnung. Wie mies ist denn das jetzt gerade alles? Wieso krieg ich nur einen? Ja, steckt fest. Hier, Einsatzfahrzeug. Bestätigt. In Ordnung. Ich kann jetzt im Prinzip nur hoffen, dass der rausgejumpt kommt irgendwie. Bestätigt. In Ordnung. Bestätigt. Wenn die Einheiten hier entlang kommen. Ansonsten wüsste ich schon wieder nicht, wie wir so reißen sollen. Oh. Oh. Ich hoffe, die kommt gleich auch hier lang. Sieht gut aus. Aber ich denke mal, der Hund wird festgepackt sein und er wird auch nicht mal rausspringen. Doch, er kommt raus. Na, dann sind wir vielleicht wieder im Spiel. Wird zwar schwierig da oben mit den Panzern, aber mal gucken. Nein, 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 nein. So cool. Erwarte ihre Befehle. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Erwarte ihre Befehle. In Ordnung. Bestätigt. Verwarte ihre Befehle. Okay, Abmarsch. Welche Einheit? Ach, das war das Spreng-LKW eben noch, oder was? Der nicht da war. Ja! Bäh, ekelhaft, ekelhaft. Und bei sowas kriege ich eine Effizienz 100 plötzlich wieder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Gut. Hier geht es in der nächsten Folge wieder weiter. Spitz mit der GmbH. Bis denn her.